Willkommen zum sechsten Teil des zweiten Kapitels, in dem es um einfache Filter gehen soll. In diesem Teil des zweiten Kapitels haben wir jetzt die Gelegenheit, all das, was wir bis jetzt hier gelernt haben, einzusetzen und uns anzuschauen, was diese relativ einfachen Systeme machen. Das, was wir hier sehen, ist so ein ganz einfaches Filter. Verzögerung, Subtraktion, Eingang und Ausgang und fertig. Und was so eine Struktur jetzt macht, im Zeit- und Frequenzbereich vor allem, das gucken wir jetzt im folgenden Kapitel an. Bevor wir uns jetzt aber die einzelnen einfachen Filter angucken, müssen wir noch ein bisschen Handwerkszeug zusammensammeln. Eine der ganz wichtigen Formeln ist die Euler'sche Identität, mit der wir komplexe Exponentialfunktionen zerlegen können in Cosinus- und Sinusfunktionen. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Genauso wie die umgekehrte Richtung, die besagt, dass ich eine Cosinus-Funktion darstellen kann als Summe aus komplexen Exponentialfunktionen E hoch J Omega plus E hoch Minus J Omega. Und wenn ich hier anstatt der Summe eine Differenz spendiere, dann geht das Ganze auch mit Sinus-Funktionen. Wie gesagt, kennen Sie bestimmt. Die endliche geometrische Reihe ist vielleicht ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten, ist aber ganz wichtig für die digitale Signalverarbeitung. Wenn Sie sich nämlich vorstellen, wir haben eine Summe von einem Dirac-Stoß und dann um einen verzögerten Dirac-Stoß und einen um zwei verzögerten Dirac-Stoß und so weiter. Und wir transformieren das jetzt in die Z-Ebene, dann bekommen wir raus, die Summe von 0 plus Z auf Minus 1 plus Z auf Minus 2 und so weiter und so weiter. Und das beschreibt die Systemfunktion eines Moving Average Filters, was wir am Ende von diesem Abschnitt uns auch noch genauer angucken werden. Im Prinzip sind aber die meisten Systeme, die meisten Vorgänge in der zeitdiskreten Signalverarbeitung eine Summe von irgendwie gewichteten Z hoch Minus 1 bis Z hoch Minus irgendwas Funktionen. Von daher ist diese Umformung der endlich geometrischen Reihe etwas, auf das man häufiger stößt. Und ich probiere jetzt gar nicht diese Formel herzuleiten, sondern die habe ich aus dem Bronstein genommen oder aus Wikipedia oder aus dem Mathematikbuch. Das können Sie sich auch suchen, da findet man die jedenfalls überall. Und das ist eine sehr praktische Formel, weil die diese etwas unhandliche Reihe umformt in einen einfachen Bruch. Damit kann man natürlich wesentlich leichter umgehen. Ich bin oft auch an der Frequenzantwort interessiert. Das hat man schon gelernt, wenn ich Z durch E hoch J Omega ersetze, dann heißt das, ich laufe in meiner Z-Ebene nur auf dem Einheitskreis entlang und bekomme dann hier meine komplexe Frequenzantwort heraus. Natürlich kann ich jetzt hier genau das gleiche machen, wie das, was ich vorher gemacht habe, nur dass hier anstatt Z hoch Minus N jetzt steht E hoch Minus J N Omega. Genau das gleiche und genau nach Schema F setze ich jetzt hier für Z mein E hoch J Omega ein und bekomme dann genau diese Form heraus. Das wäre jetzt die komplexe Frequenzantwort eines Moving Average Filters. Man sieht, dass man ganz so einfach noch nicht zum Ziel kommt, weil das hier ist eine Formulierung, eine Schreibweise, die ein Computer sehr gut verstehen kann. Der kann Ihnen hier daraus jetzt Betrag und Phase und alles, was Sie wollen, ausrechnen. Nur so eine richtig human lesbare Form hat das hier noch nicht. Dazu brauchen wir die Euler'sche Identität und dazu brauchen wir noch einen Trick, das sind die sogenannten Spiegelpolynomen. Wenn ich so eine Funktion habe, die sozusagen eine eingebaute Symmetrieebene hier hat, das heißt, wo von so einer gedachten Mitte aus ich Terme mit gleichen Koeffizienten identifizieren kann und die auch noch so sortieren kann, dass ich einen mittleren Term, also in dem Fall Z hoch Minus N halbe, ausklammere und dann Term übrig bleiben mit identischen Koeffizienten, das sind hier jetzt einfach 1 und entgegengesetzt gleichen Exponenten, N halbe und Minus N halbe, dann kann ich einen super Trick anwenden. Und weil das meistens ein bisschen in Vergessenheit gerät, das funktioniert auch, wenn Sie hier Minuszeichen haben. Was ich nämlich jetzt machen kann, ist, wenn ich den Frequenzgang haben will, mache ich ganz genau den gleichen Trick wie eben. Das heißt, ich klammer so einen mittleren Faktor quasi raus. Also Mittel bezieht sich jetzt hier auf den Exponenten. So, und jetzt habe ich hier zwei Exponentialfunktionen, die, wie gesagt, den gleichen Faktor haben, aber die einen hat den positiven und die anderen gleichen negativen Exponenten. Wenn ich jetzt nochmal in die linke obere Ecke hier oben hinschiele, dann sehe ich das. Und das sieht ja eigentlich ziemlich ähnlich, um nicht zu sagen praktisch identisch aus. Das heißt, ich kann die beiden zu einer Kosinusfunktion zusammenfassen. Da kommt noch ein Faktor 2 dazu. Der steht jetzt hier. Hier vorne bleibt so eine Exponentialfunktion übrig. Die hat den Betrag 1. Das heißt, interessiert uns vom Betragsgang her nicht. Die macht mir nur noch eine zusätzliche Phase, die wir uns später angucken werden. Dann, was wir auch noch brauchen, das kommt auch häufiger vor, ist die Frage, wie kann ich denn so etwas hier zum Beispiel, wie kann ich das so umformen, dass ich daraus meine Nullstellen bestimme? Jetzt kann man natürlich sagen, 1 minus z durch n gleich 0 ist ja einfach. Die Nullstelle liegt bei 1 und fertig. Leider sind wir damit nicht fertig, weil da steckt eine Potenz n-ter Ordnung drin. Das heißt, das Polynomium hat den Grad n. Und da wissen wir, dass wir im Allgemeinen da auch n Nullstellen, also n Wurzeln erwarten. So, ich kann jetzt diese Gleichung umformen und schreiben, z ist die n-te Wurzel aus 1. Aber da habe ich natürlich noch nicht viel gewonnen. Jetzt kann ich die 1 aber auch schreiben als e hoch j2pi. Da habe ich immer noch nicht so richtig viel gewonnen. Ich kann jetzt aber auch, ohne dass ich irgendeinen Fehler mache, da schreiben e hoch j2k mal pi. Wenn k ganze Zahlen sind, das heißt, ich laufe einmal im Kreis, da kommt immer die 1 dabei raus. So, und jetzt kann ich die n-te Wurzel hier daraus ziehen, indem ich einfach den Exponenten durch n dividiere. Und wenn ich mir diesen Term jetzt hier angucke, dann laufe ich mit dem k auf dem Einheitskreis entlang. Und zwar in Schritten von 2pi durch n. Das heißt, ich verteile jetzt n Nullstellen auf dem Einheitskreis. Die haben alle den Radius 1. Das muss ja auch sein, sonst wird diese Gleichung nicht aufgehen. Und die haben einen Winkel, der so gewählt ist, dass wenn ich den hoch n wähle, dann kommt immer genau plus 1 dabei raus. Das heißt, auf die Art kann ich mir überlegen, wie kann ich die n-fache Nullstelle auf dem Einheitskreis, wie komme ich an die Position davon. Das gleiche kann ich auch machen, wenn ich meine Gleichung ein bisschen anders aufsetze. Dann steht hier halt hier jetzt, z ist die n-te Wurzel aus minus 1. Und die minus 1 kann ich auch wieder durch so eine komplexe Exponentialfunktion ausdrücken. Das würde ich jetzt ausdrücken als e hoch jpi. Das ist minus 1. Und dazu kann ich jetzt auch wieder addieren, 2k mal pi, ohne dass ich irgendwas an dem Wert ändere. Jetzt mache ich den gleichen Trick und komme natürlich zum gleichen Ergebnis. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen auch gleich noch bei den einfachen Filtern. Auf solche Gebilde komme ich bei den Kammfiltern. Bei beiden Varianten habe ich jedenfalls n-Nullstellen auf dem Einheitskreis verteilt, in gleichen Abständen, und zwar mit 2pi durch n. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Perlenkette. Jetzt kommen wir zum ersten richtigen einfachen Filter, und zwar einem sogenannten Integrator oder Akkumulator. Warum der so heißt, kann man, glaube ich, hier ganz gut sehen. Das Eingangssignal wird verzögert und dann quasi hier in den Kreis gespeist. Wenn Sie aus diesem Signalflussgrafen die Übertragungsgleichung, die Systemfunktion, bestimmen, machen Sie das mal. Das ist auch eine ganz gute Übung. Dann kommen Sie auf diese Form. Und wenn Sie das Ganze mit z erweitern, dann kommen Sie auf diese Form. Soweit alles noch ganz einfach. Jetzt kommt die erste Frage dazu. Wie sieht denn das Pol-Null-Stellen-Diagramm von diesem Gebilde aus? Das ist jetzt hier auch noch relativ trivial. Dazu muss ich mir nämlich nur diesen hinteren Term angucken und sehe, dass ich eine Nullstelle habe bei z gleich 0. Das war jetzt echt einfach. Und eine Polstelle bei z gleich plus 1. Das kann ich ganz leicht einzeichnen. Das gucken wir uns nach dem nächsten Filter an, wie das aussieht mit dem PyFDA-Tool. Jetzt noch die Frage nach der Stabilität. Ist es stabil oder ist es nicht stabil? Die Nullstellen interessieren uns dafür nicht, sondern nur die Polstellen. Jetzt habe ich eine Polstelle bei z gleich plus 1. Das heißt, sie liegt genau auf dem Einheitskreis. Da kann man jetzt sagen, das ist so bedingt stabil. Man kann sich leicht überlegen, wenn ich hier ein Gleichsignal anlege, dann wächst der Ausgang über alle Grenzen. Das heißt, richtig stabil ist der Integrator nicht. Aber wenn man vorsichtig ist und zum Umständen ein bisschen gegenkoppelt, kann man den schon verwenden und der wird auch tatsächlich eingesetzt. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, der kann überlaufen und verträgt keine Gleichsignale am Eingang. Wenn ich hiervon jetzt den Frequenzgang oder den Phasengang wissen möchte, dann ersetze ich wieder z durch e hoch j Omega, wie ich das gemacht habe vorher. Ich mache jetzt hier unten wieder meinen Spiegelpolynom-Trick. Das heißt, ich gucke, wenn ich hier jetzt e hoch minus j Omega halbe ausklammere, dann bleibt hier e hoch plus j Omega halbe stehen. Hier minus e hoch minus j Omega halbe. Super, ich habe gewonnen. Gleiche Koeffizienten, plus 1, minus 1 und gleiche Exponenten, einmal plus und einmal negativ. Diesen ganzen Teil hier kann ich jetzt ersetzen durch 2j mal Sinus Omega halbe. Und diesen Term kann ich natürlich auch in den Zähler schreiben, damit du aus dem Minus j Omega halbe plus j Omega halbe. Und solange ich jetzt nur ganz kleine Frequenzen mir angucke, dann kann ich Sinus Omega halbe ersetzen durch ungefähr Omega halbe, weil 2 bleibt noch Omega übrig. Und das j bleibt halt auch da stehen. Und dann habe ich einen Frequenzgang, so wie ich ihn jetzt auch erwarte, von einem zeitkontinuierlichen Integrator. Je näher ich an die halbe Abtastfrequenz rankomme, desto stärker weicht der Frequenzgang von diesem zeitdiskreten Integrator ab. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf, wie der Betragsgang davon aussieht. Man sieht, bei f gleich 0 geht das ziemlich weit hoch. Und wenn ich jetzt rechnen möchte, denken Sie mal kurz darüber nach, wie könnte ich jetzt ausrechnen, wie mein Frequenzgang genau bei f gleich 0 ist. Es gibt eine komplizierte, eine einfache Lösung dazu. Vielleicht drücken Sie kurz die Pausentaste. Achso, genau. Und ich möchte natürlich auch wissen, was jetzt genau mein Wert hier hinten bei fs halbe ist. Omega durch 2 Pi gleich 0,5, das entspricht fs halbe. Gucken wir uns erst den komplizierten Weg an, der so kompliziert eigentlich hier auch nicht ist. Wenn ich nämlich Omega gleich 0 einsetze, dann steht hier oben im Zähler einfach 1. Im Zähler, äh im Nenner, Sinus von 0 ist auch immer noch 0. 2 mal 0 bleibt 0, mal j bleibt auch 0. Das heißt, das hier geht gegen unendlich. Deshalb geht das hier auch so hoch. Jetzt hätte ich gesagt, es gibt noch einen einfacheren Weg, das zu rechnen. Naja, wenn Sie jetzt den Einheitskreis vorstellen, da wo Omega gleich 0 ist, da ist auch z gleich 1. Das heißt, Sie brauchen nur 1 zu setzen. z gleich 1 ist 1. Und hier unten z gleich 1, dann wird der Nenner 0, gleiches Ergebnis wie eben gerade. Mache ich das jetzt mit f gleich fs halbe, dann kann ich hier natürlich auch wieder einsetzen. Bei f gleich fs halbe entspricht Omega gleich Pi. Und Sinus von Pi halbe, ja, das ist 1. Und was habe ich hier oben? E hoch j mal Pi halbe. Was haben wir da? Sagen Sie es mir. Da laufen wir jetzt ein Viertelmal um den Einheitskreis drum herum. Und haben also j. Das heißt, wir können j durch j kürzen. Dann bleibt hier noch 2 übrig. Mal 1 sind 2 natürlich. Das heißt, bei Omega gleich Pi haben wir 1,5. Und 1,5 entspricht hier bei 20 log irgendwas minus 6 dB. Das heißt, das passt auch. Gucken wir mal, ob wir hier zum gleichen Ergebnis kommen. z gleich minus 1. Auch hier gleich minus 1. Minus 1 durch minus 2 sind plus 1,5. Passt. Das heißt, wenn es eine Möglichkeit gibt, versuchen Sie immer, die Eckwerte in die Systemfunktion direkt einzusetzen. Das klappt natürlich nur bei f gleich 0, bei f gleich fs halbe und vielleicht noch bei f gleich fs viertel. Das entspricht auf dem Einheitskreis z gleich j. Aber da wird das Rechnen dann schon ein bisschen schwieriger. Da müssten Sie dann rechnen, hier j dividiert durch j minus 1. Das ist schon eher ein bisschen hässlich. Um die Phase auszurechnen, starten wir hier bei Omega gleich 0, beziehungsweise so ein ganz kleines Stückchen dahinter. Sonst kann man das Ganze hier nicht ausrechnen. Wenn ich jetzt das j mal in den Zähler schreibe, also minus j, dann würde hier stehen minus j mal e hoch j pi halbe. Und das ist was, was jetzt unsere Phase beeinflusst, weil der Betrag von j ist 1, der Betrag hiervon ist auch 1. Das heißt, das macht nur was mit unserer Phase. Und dieses minus j, das kann ich auch hier oben in den Exponenten schreiben. Und zwar entspricht minus j, entspricht e hoch minus j pi halbe. Das heißt, ich würde jetzt hier reinschreiben. e hoch j omega halbe minus pi halbe. So, da sehe ich, dass bei Omega gleich 0 bleibt hier nur stehen, e hoch minus j pi halbe. Und das ist meine Phase, minus pi halbe. Und da die Phase sich jetzt mit dem Omega linear bewegt, die nimmt linear zu mit dem Omega, sage ich, das ist eine lineare Phase, die ansteigt bis zu Omega gleich pi. Dann steht hier nämlich j mal pi halbe minus pi halbe. Das ist dann e hoch j 0. Das heißt, da habe ich die Phase 0. Wir sehen also, den Integrator konnten wir schon relativ einfach uns jetzt angucken, mit dem, was wir gelernt haben. Differenzierer. Das ist das Bild ganz vom Anfang. Da sehen wir, gibt es keinen rekursiven Zweig. Das heißt, der Differenzierer ist einer der einfachsten transversalen Filter, die es so gibt. Die Systemfunktion davon haben wir leicht und schnell ausgerechnet. Das ist einfach 1, das geht direkt durch, minus einmal verzögert, 1 minus z auf minus 1. Auch hier wieder erstmal die Frage nach dem Pol-Null-Stellen-Diagramm. Und um das zu bestimmen, ist es immer einfacher, erstmal die Systemfunktionen und die Formen mit positiven Exponenten zu bringen. Das heißt, ich multipliziere das Ganze mit z, und zwar Zähler und Nenner. Auch wenn es Nenner hier noch gar nicht gibt. Ja, und dann? Dann sehe ich, dass ich eine Nullstelle habe im Zähler, und zwar bei z gleich 1, und eine Polstelle bei z gleich 0. So wie sich das gehört, für ein nicht rekursives Filter ist die Polstelle im Ursprung. Stabilität, klar, ist ein nicht rekursives System, das ist immer stabil, und die einzige Polstelle, die wir haben, sitzt brav im Ursprung, ist also auf jeden Fall ein stabiles System. Jetzt möchte ich gerne wieder wissen, was ist der Betragsgang, der Frequenzgang bei Omega gleich 0. Wenn wir jetzt den Trick von eben gerade anwenden, das heißt, wir rechnen das nicht bei Omega gleich 0, sondern außerdem, wenn wir z gleich 1 setzen, dann wird das Ganze super einfach. z gleich 1, minus 1 ist 0, geteilt durch 1 ist immer noch 0. Das heißt, bei der Frequenz 0 ist die Komplexübertragungsfunktion 0. Bei der Frequenz Omega gleich Pi oder f gleich f ist halbe, machen wir den gleichen Trick, wir setzen z gleich minus 1 ein, dann steht hier minus 1, minus 1, also minus 2, geteilt durch minus 1 sind plus 2. So einfach haben wir die Eckpunkte von unserem Betragsfrequenzgang jetzt schon ermittelt. Phasengang, okay, da müssen wir wieder ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen. Und auch hier machen wir den gleichen Trick wie eben gerade, wir gehen von 1 minus z auf minus 1 hier hin, indem wir z durch e hoch j Omega setzen. Dann landen wir hier, probieren unser Glück, was die Symmetrie angeht, und klammern e hoch minus j Omega halber aus und sehen, super, wir haben Glück gehabt, das kann ich durch eine 2j Sinus Omega halbe Funktion ersetzen. Dann bleibt hier vorne noch dieser Drehfaktor übrig. Doch hier kann ich wieder eine Abschätzung machen. Bei sehr kleinen Frequenzen, Omega kleiner als 1, wird der Term hier zu Omega halbe mal 2 sind Omega, der Term hier, der dreht nicht der Rede wert. Das heißt, dann bleibt übrig ungefähr j mal Omega, so wie wir das bei einem Differenzierer aus der zeitkontinuierlichen Welt kennen. Je nähere ich jetzt mit meinem Omega wieder an die fs halbe, beziehungsweise an das pi, rankomme, desto falscher wird diese Näherung. Wir haben jetzt ein Problem, und zwar gibt es zwischendurch einen Phasensprung und deshalb müssen wir den Phasengang ein bisschen, ja, das wird ein bisschen hässlicher von der Schreibweise her. Dieser Phasensprung tritt auf bei Omega gleich 0. Das sehen wir, hier geht unsere Tragungsfunktion kennen minus unendlich und wenn die Sinusfunktion 0 wird, dann wechselt sie an dieser Stelle ihr Vorzeichen. Bei positiven Frequenzen ist sie positiv, bei negativen Frequenzen ist sie negativ. Das heißt, dieser Term, Sinus Omega halbe, macht bei Omega gleich 0 und einen Phasensprung von 180 Grad oder pi, weil sich das Vorzeichen von diesem Teil hier wechselt. Da muss man aufpassen, nicht nur dieser Faktor bestimmt mir die Phase, sondern dieser Faktor trägt auch noch so Sprünge um pi oder 180 Grad dazu bei. Damit sind wir am Ende von dem Teil zu den ganz einfachen Filtern angekommen. Als nächstes gucken wir uns dann die ziemlich einfachen Filter an. Bevor wir das machen, gibt es aber noch einen kurzen Durchlauf durch piFDA, in dem ich Ihnen zeige, wie man den Differenzierer und den Integrierer aus diesem Abschnitt sich auch in diesem Filter-Tool angucken kann. Danke aber schon mal fürs Zuhören, Zuschauen und Mitmachen. Wenn Sie das piFDA-Tool gestartet haben, dann sehen Sie so etwas Ähnliches hier. Wir fangen jetzt damit an, den Integrator einzugeben. Das können wir zum Beispiel machen durch Eingabe der Pol- und Nullstellen. Dazu löschen wir jetzt erst mal die, die hier drin stehen. Diese Zeile brauchen wir auch nicht. Wir haben nur eine Nullstelle im Ursprung. Das passt schon. Eine Polstelle bei 1. Das speichern wir. Und dann sehen wir, das sieht schon nach dem Betragungsgang eines Integrators aus. Das hier, minus 6 dB, entspricht 1,5. Das können wir uns auch in Volt nochmal angucken. Wir sehen hier 0,5. Und bei der Frequenz 0 ziemlich viel. Phasengang ist, wie wir uns das überlegt hatten, steigt schnurgerade an von 0,5 minus 0,5 Pi bis auf 0. Pol-Nullstellendiagramm hat, wie wir es eingegeben haben, eine Nullstelle im Ursprung und eine Polstelle hier auf dem Einheitskreis. Impulsantwort können wir es noch anschauen. Ja. Das ist nicht weiter überraschend. Sie geben einmal eine 1 in den Integrator rein. Der Rest bleibt auf 1. Gucken wir uns die Sprungantwort an. Dann sehen wir, der Integrator reagiert auf ein Gleich-Eingangssignal mit einem bis ins alle unendlich steigenden Ausgangssignal. Passt also alles, wie wir uns das überlegt haben. Jetzt gucken wir uns noch die Koeffizienten an der Übertragungsfunktion. Das ist geschrieben in Polynomform. Da sehen wir den Zähler 1 und 0. Das entspricht z minus 0. Passt. Und der Nenner 1 und minus 1. Das entspricht z minus 1. Okay. Das war es schon zum Differenzierer. Integrator Geben wir uns zur Abwechslung mal hier in der Polynomform ein. Da haben wir einen Nenner, einen Zähler meine ich, z minus 1. Und ein Nenner, der hat nur z, dann plus 0. Das war es schon. Die Sprungantwort eines Differenzierers ist nicht furchtbar spannend. Da kommt tatsächlich nur der erste Impuls durch. Die Impulsantwort ist natürlich plus 1 und minus 1. Die Übertragungsfunktion sieht tatsächlich im unteren Teil halbwegs linear aus, so wie wir das auch erwarten würden von einem Differenzierer. Das heißt proportional zur Frequenz und im oberen Teil passt es dann aber nicht mehr so ganz. Es ist halt doch kein richtiger Differenzierer, sondern nur so eine zeitdiskrete Näherung da dran. Die Phase fällt linear ab, so wie wir uns das überlegt hatten. Pole und Nullstellen sehen auch so aus, wie wir das gewollt haben. Das heißt wir haben eine Polstelle im Ursprung, damit das System kausal ist und eine Nullstelle auf dem Einheitskreis. Viel mehr kann man hierzu schon gar nicht sagen. Das ist was wir Das ist wie wir das haben. Das ist das das